Wie warst du 25 Jahre als freischaffender Forscher tätig? Also du warst 25 Jahre als freischaffender Forscher tätig, könnte man so sagen. Die Bedenken betreffen Lebensunterhalt, die haben sich als falsch herausgestellt offensichtlich, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Das, was du sagst, macht einen schon neugierig auf mehr Details zu deiner Forschung, aber ich denke, wir haben uns jetzt schon so lange unterhalten, das verschieben wir auf ein späteres Gespräch. Dankeschön, es freut mich, dass mein wissenschaftlicher Lebensweg, der auch nicht frei ist von vielen persönlichen Erfahrungen, Erfolgserlebnissen und Rückschlägen, dieses Interesse findet. Und ich bin sehr gerne bereit, natürlich präzisierende Auskünfte zu geben. Und es ist stets spannend, auf den eigenen Wertegang zurückzublicken und vielleicht zu ihm auch die immer notwendige kritische Distanz zu finden, damit man nicht eben bei einer Teleologie des biografischen Fortschritts landet und die geistige Wachheit so lange wie möglich behält. Das ist ja vielleicht doch, wenn wir doch noch nicht ganz zum Schluss kommen, das Interessante ist ja nicht üblich, dass man als Historiker darüber reflektiert, über den eigenen Wertegang. Aber du machst das jetzt explizit, auch in einem Aufsatz, der demnächst veröffentlicht wird. Das ist eine Erfahrung, die mich sehr erstaunt und die ich immer wieder machen musste. Einerseits stellen wir fest, dass geschichtstheoretische Fragen, erkenntniskritische Fragen von der Geschichtswissenschaft gestellt, von Historikern beantwortet werden. Aber dass man sehr selten persönliche Äußerungen findet, die die Bedingtheit des eigenen historischen Erkennens reflektieren, zur Diskussion stellen. Und ja, man müsste oder könnte bestimmt über diese Gründe nachdenken. Es ist eine Diskrepanz zwischen einem theoretischen Interesse, das allenthalben festzustellen ist, das auch zu sehr differenzierten Stellungnahmen und kritischen Äußerungen geführt hat auf der einen Seite, und einer mangelnden Bereitschaft des Historikers, seine Subjektivität ins Spiel zu bringen. Ich denke, ich habe schon ein zweites Thema gefunden, das wir in einem nächsten Gespräch noch genauer sprechen können. Außer dann, danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke für die Fragen und die spontane Regie, die eigentlich streng genommen gar nicht als solche bezeichnet werden kann, sondern aus meiner Sicht als unabdingbare Voraussetzung für die Weiterführung eines unvorbereiteten und dennoch gedankenreichen Gesprächs. Was? .. zu Walking Hier 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 Vielen Dank.